Musik Steigende Fixkosten bei zu geringem Einkommen, Scheidung, unvorhersehbare Krankheiten oder das individuelle Konsumverhalten sind nur einige wenige der Gründe, warum sich Menschen verschulden. Der Weg aus einer Verschuldung heraus ist schwer, denn gewisse laufende Kosten müssen gedeckt werden. Inge Honig von der Schuldenberatung Salzburg hat uns den Weg aus den Schulden genauer erklärt. Hallo zurück zu Courage, Zeit zu reden. Heute geht es um ein Thema, das relativ schwierig ist. Geld bzw. Schulden. Hierfür darf ich Inge Honig von der Schuldenberatung bei uns willkommen heißen. Hallo. Man hört ja oft, über Geld spricht man nicht. Stimmen Sie dieser Aussage unbedingt zu? Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es zum Beispiel sehr wichtig ist, über Geld zu reden. Und zwar eigentlich schon im Kindesalter, wenn es um das erste Taschengeld geht. Und auch in Beziehungen über Geld muss man reden, weil es wichtig ist. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, wie kommt es zu einer Verschuldung bzw. wann spricht man davon? Ist es schon, wenn man drei Euro in den Schulden ist oder gibt es einen bestimmten Richtwert? Prinzipiell hat man Schulden, wenn man sich Geld ausborgt. Bei jedem kleinen Betrag schon hat man Schulden. Aber die Schuldenursachen sind häufig sehr vielseitig. Zum Beispiel kann man sich wahrscheinlich kaum eine Eigentumswohnung leisten, ohne vorher Schulden zu machen, da der Betrag zu hoch ist. Prinzipiell geht es darum, kann ich meine Schulden, und so soll es auch sein, kann ich meine Schulden zurückzahlen. Der erste Schritt ist immer, wenn man sich etwas ausborgt, dann muss man das natürlich auch zurückzahlen. Wenn man kann, jetzt gibt es aber Lebenssituationen, die machen es einem manchmal nicht einfach. Wenn man zum Beispiel krank wird oder den Job verliert, dann kommt man sehr schnell in Schuldenschwierigkeiten, also Schwierigkeiten, das Geld zurückzuzahlen. Inwieweit ist vielleicht auch unsere Gesellschaft daran schuld, weil wir halt sehr vom Konsum abhängig sind? Ja, es ist sicher für junge Menschen nicht leichter geworden, weil der Konsum natürlich verlockend ist. Viele Angebote, also man muss nicht mehr zusammensparen, bis man einen tollen Fernseher bekommt, sondern man kauft diesen Fernseher auf Raten und das ist gut möglich. Viele Menschen zahlen die Raten dann zurück und haben den Fernseher schon vorher. Früher gab es noch mehr die Devise, zuerst mal etwas ansparen und dann sich etwas leisten. Wir SchuldenberaterInnen raten trotzdem sozusagen, wenn man etwas bestellt zum Beispiel, dass man schon vorher weiß, dass man es zahlen kann. Aber Ratenzahlungen sind an sich mal nichts Schlechtes, aber man muss natürlich die Raten pünktlich zurückzahlen. Würden Sie sagen, es ist eher eine jüngere Altersgruppe, die in Schuldenfalle gerät oder es ist eher eine ältere Altersgruppe? Man kann eigentlich überhaupt nicht sagen, ob es jünger oder älter ist. Zumeist statistisch ist es so, dass es zwischen 30 und 50 bei uns die meisten KlientInnen sind. Sehr oft beginnt aber das Schuldenmachen schon mit dem Konsum, mit der Konsumverlockung im Jugendalter. Aber der Konsum ist sicher nicht einfach für viele Menschen, damit umzugehen. Aber prinzipiell würde ich das nicht altersabhängig sehen. Würden Sie sagen, Schulen sollten da vielleicht mehr mit den Jugendlichen arbeiten? Ja, und das passiert auch schon. Also wir von der Schuldenberatung haben ein tolles Angebot. Wir machen in den Mittelschulen vierten Klassen und in den Berufsschulen zweiten Klassen einen Finanzführerschein. Das heißt, wir glauben, dass Finanzbildung ganz was Existenzielles ist. Und es ganz wichtig ist, sozusagen mit jungen Menschen darüber zu reden, wie sie nicht in Schuldenfallen geraten, wie sie gut lernen, das Geld sich einzuteilen. Aber was natürlich schon ein Thema ist, die Teuerung. Es ist viel schwerer geworden, sozusagen so viel zu verdienen, dass man in Salzburg zum Beispiel überleben kann. Die Wohnungspreise sind horrend teuer, gerade in Salzburg. Und wir machen auch eine sogenannte Budgetberatung, die auch kostenlos bei uns ist. Also wie kann man gut lernen, mit dem Geld, das man zur Verfügung hat, auszukommen. Aber es wird nicht leichter in Zeiten wie diesen. Gibt es solche Angebote außerhalb von Salzburg auch? Oder ist es eher auf das Bundesland Salzburg an sich beschränkt? Nein, das gibt es österreichweit. Gerade die Budgetberatung zum Beispiel ist in Oberösterreich viel, viel mehr noch wie bei uns. Wird viel mehr angenommen wie bei uns. Und Präventionsangebote, Finanzbildungsangebote gibt es eigentlich österreichweit. Würden Sie trotzdem sagen, dass es eine mangelnde finanzielle Bildung gibt in Schulen? Ja, also mehr Bildung wäre immer, so wie ich auch politische Bildung glaube, dass es zu wenig ist. Finanzbildung würde ich durchaus ausbauen in der Fortbildung und Ausbildung der Jugendlichen. Wie kann man denn einen verantwortungsbewussten Umgang mit Geld erlernen? Weil ich denke mal jetzt so, nur durch ein Seminar wird man jetzt vielleicht so einen Grundstein sehen, aber nicht unbedingt langfristig gut mit Geld umgehen. Natürlich ist das Elternhaus ein sehr wichtiges. Wie gehen meine Eltern mit Geld um? Was ich glaube oder was wir glauben, dass ganz, ganz wichtig ist, dass Kinder Taschengeld bekommen sollen, um sozusagen geschützt den Umgang mit Geld lernen zu können. Das heißt, wenn ich mein Taschengeld in einer Woche nicht mehr habe und erst in drei Wochen wieder Taschengeld bekomme, oder wir empfehlen auch am Anfang wöchentliches Taschengeld. Aber wenn ich jetzt drei Wochen kein Geld mehr zur Verfügung habe, dann werde ich mir vielleicht nächstes Monat überlegen, was ich mein Geld ein bisschen besser einteile. Aber ich habe trotzdem nach einer Woche noch eine warme Wohnung, ich habe warme Mahlzeiten, meine Eltern haben die Miete bezahlt. Also ich kann sehr geschützt sozusagen den Umgang mit Geld lernen, ohne dass es Konsequenzen gibt im Sinn von, dass ich die Wohnung verliere oder irgendetwas verliere, sondern ich kann es einfach besser lernen. Welche Mengen würden Sie da empfehlen an Geld? Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Also das ist auch nicht österreichweit gleich. Da würde ich Eltern empfehlen, gut zu schauen, wofür braucht mein Kind das Geld, einerseits, ohne sozusagen mein Kind kontrollieren zu wollen. Aber mit dem Kind über das Geld reden, wofür gibt es einen Wunsch, auf den du sparst mit deinem Taschengeld? Wir empfehlen natürlich auch immer, dass es ein Teil gespart werden soll, wenn es möglich ist. Und Jugendliche können ja noch viel besser sparen, weil sie noch keine großen Ausgaben haben. Wir würden empfehlen, mit Schulbeginn wöchentlich ein Taschengeld zu geben, das sehr individuell ist. Was braucht mein Kind? Bekommt mein Kind die Jausengeld oder muss ich vom Taschengeld die Jause kaufen? Wofür muss das Geld verwendet werden? Es gibt Richtlinien, aber es gibt kein Recht auf Taschengeld. Das ist nicht einklagbar für Jugendliche. Aber es ist wichtig, um auch mit Eltern über Geld zu reden und auch von den Eltern, die Eltern um Taschengeld zu bitten. Das finden wir einfach wichtig. Wie gesagt, Schulden sind ja eine sehr, sehr schwierige, so eine relativ schwierige Thematik sozusagen. Gibt es da oftmals Scham? Es gibt große Scham. Schulden bedeuten auch immer, dass ich etwas falsch gemacht habe, dass ich versagt habe. Da gibt es große Verluste und Versagensängste. Ich habe es nicht geschafft, mein finanzielles Leben in den Griff zu bekommen. Und deswegen gibt es eine große Scham von Menschen, die den Schritt zu uns wagen und dann aber froh sind, wenn sie diesen Schritt gewagt haben und dann auch froh sind, dass wir ihnen helfen können. Würden Sie sagen, dieser Scham ist unbedingt berechtigt? Weil es gibt ja auch Lebenssituationen, wo man vielleicht nicht unbedingt was dafür kann, dass man in Schulden gerät. Jede Scham hat Berechtigung, wenn ich es so empfinde. Aber natürlich gibt es Gründe und manche Gründe sind so, dass vielleicht die Scham nicht so groß ist. Aber prinzipiell ist die Scham schon groß. Sie müssen ihr finanzielles Leben vor uns ausbreiten, auch die Einkommenssituation, die Ausgabenssituation. Ich glaube, dass das für viele Menschen nicht sehr leicht ist. Wie unterstützen Sie denn Ihre Klientinnen bei der Schuldenberatung? Also was genau wird da gemacht? Was ist der erste Schritt? Was ist der zweite Schritt? Prinzipiell ist der erste Schritt einmal, dass die erste Beratung, dass jemand zu uns kommt. Und mit uns darüber redet, was passiert ist, warum es jetzt Schwierigkeiten gibt. Wir schauen uns sehr genau die Haushaltsrechnung an. Genau, was wir auch in der Budgetberatung machen. Einnahmen, Ausgabensituation. Was kann jemand zahlen? Gibt es schon gerichtliche Klagen gegen einen? Wird der Lohn zum Beispiel schon gepfändet oder nicht? Und dann wird geschaut, können die Schulden in einer bestimmten Zeit ordnungsgemäß bedient werden? Kann man das zurückzahlen? Und wenn wir sehen, es geht nicht mehr, dass sie schaffen das in einer gewissen Zeit nicht mehr, dann begleiten und vertreten wir sehr viele Menschen auch beim Schuldenregulierungsverfahren vor Gericht. Sprich, dann ist vielleicht ein Privatkonkurs unumgänglich. Gibt es auch öfter mal relativ schwierige Situationen? Ja, also wir kennen schon bestimmte Gläubiger, wie sie reagieren, was sie gerne möchten. Aber wenn man die Situation gut erklärt, dann kann es durchaus sein, dass auch Gläubiger Verständnis haben. Die Schuldenberatungsstelle gibt es seit über 30 Jahren. Das heißt, auch die Banken oder GläubigerInnen kennen uns schon und wissen, dass wir seriös arbeiten mit redlichen Schuldnerinnen und Schuldnern. Und es kann Lebenssituationen geben, die man nicht vorhersagen kann. Das ist einfach so. Würden Sie sagen, es gibt auch einen Schuldenbetrag, wo es extrem schwer wird, nochmal schuldenfrei zu werden? Oder ist das relativ unterschiedlich so? Naja, ich habe in den vielen Jahren, die ich jetzt Schuldenberaterin bin, schon die ein oder andere Novelle erlebt. Und momentan ist die Situation so, dass wir eigentlich jedem, der zu uns kommt, helfen können. Egal, wie hoch seine Schulden sind. Es gibt auf sozialen Medien eine neue Methodik, die Couvert-Methode. Das bedeutet, man hebt sein monatliches Budget als Bargeld ab und teilt das Bargeld dementsprechend auf, wie man es halt ausgeben möchte, um einen besseren Überblick zu halten. Halten Sie das für sinnvoll? Die Couvert-Methode ist eigentlich sehr, sehr alt und sehr, sehr effektiv. Wir empfehlen auch in der Budgetberatung die Couvert-Methode sehr. Und zwar geht es darum, dass man sozusagen lernt, mit dem Geld auszukommen. Das heißt, ich habe das Geld, das mir zur Verfügung ist, nach Abzug der Fixkosten, und teile das in Wochen-Kuverts. Und für viele Menschen ist das, vielleicht nicht unbedingt für junge, moderne Menschen, aber auch da ist es sehr effektiv. Das heißt, ich weiß genau, wie viel Geld ich in dieser Woche noch zur Verfügung habe. Und wir Menschen sind eher manchmal haptische Typen. Und ich sehe dann im Couvert, wie viel Geld ich noch habe. Und ich konnte so mit dieser Couvert-Methode schon vielen, vielen Menschen helfen, besser mit dem Geld umgehen zu lernen. Sehr, sehr effektive Methode. Einfach, aber effektiv. Würden Sie auch sagen, so Belege, die man bei verschiedenen Märkten kriegt, ist es auch sinnvoll, diese aufzubehalten? Also wir empfehlen, ich selber mache seit vielen, vielen Jahren ein sogenanntes Haushaltsbuch. Junge Menschen haben Haushalts-Apps. Und wir empfehlen durchaus, wenn sich jemand schwer tut, monatlich mit dem Geld umzugehen, empfehlen wir mal, die Einnahmen und Ausgaben mitzuschreiben. Ich mache das jetzt seit über 20 Jahren, weil ich wissen möchte, wo mein Geld hingeht. Einfach mehr als Neugier. Aber für viele Menschen ist das eine gute Methode, wieder gut hineinzufinden und nicht mehr Geld auszugeben, als ich habe. Viele Schuldenprobleme entstehen dadurch, dass die Menschen viel mehr Geld ausgeben, als sie eigentlich haben. Da ist die Bank durchaus unterstützend, indem man sozusagen ins Kontominus gehen darf. Das ist übrigens der teuerste Kredit, den es gibt. Also Banken verdienen am allermeisten am überzogenen Konto. Aber es ist auch ein Service der Bank. Also es kann auch vielleicht manchmal ganz sinnvoll sein, wenn man kurzfristig Geld braucht. Aber nie eine längerfristige Methode, weil es immer zu Schuldenproblemen führt. Ist das so die Kreditrate? Sie meinen, die Zinsen, die man da zahlen muss, bis zu 15 Prozent? Bis zu 15 Prozent. Zwischen 7 und 15 Prozent. Es lohnt sich durchaus, aufs eigene Konto mal zu schauen, zu verhandeln mit den Banken, einen guten Überziehungszinssatz zu bekommen. Aber dadurch, das sind höhere Zinsen, als momentan die Kreditzinsen sind. Und wir empfehlen auf jeden Fall, die Haushaltseinnahmen und Ausgaben mal gut mitzuschreiben, um einfach ein gutes Gespür zu bekommen für das eigene Geld. Was erwarten Sie als Schuldenberaterin von den Klientinnen? Wir sind für die Klientinnen da. Wenn sie motiviert sind und auch die Unterlagen bringen, die wir brauchen, Kontakt mit uns halten und mitarbeiten, dann funktioniert das sehr, sehr gut, dass wir ihnen gut helfen können. Würden Sie sorgen, dass Politik etwas ändern muss in Richtung Schuldenberatung, in Richtung Schuldnern helfen? Naja, es braucht natürlich, wir sind abhängig von öffentlichen Geldern, es braucht eine gute Finanzierung in jedem Bundesland. Es braucht unseres Erachtens, und das haben wir in Salzburg ja, die Situation ist in Salzburg Gott sei Dank auch so, es braucht auch ein Budget, damit wir auch Finanzbildung machen können. Auch das haben wir in Salzburg nach vielen, vielen Jahren auch gut geschafft, dass auch sozusagen die Politik sieht, wie wichtig es ist, Finanzbildung in Schulen zu machen oder Workshops zu machen mit Jugendlichen. Und es braucht eine gute Finanzierung österreichweit dieser Einrichtungen. Beim Geld sparen hilft es sicher, einen guten Überblick zu haben. Das ist eigentlich für uns das Wichtigste, dass Menschen einen guten Überblick über die eigenen Finanzen haben, dass sie einen guten Überblick haben, was steht ihnen auch an Beihilfen zu, wo kann ich mir Hilfe holen. Also einen guten Überblick über die Hilfsangebote zu haben und sehr umsichtig mit dem Geld umzugehen. Natürlich, die Verlockungen sind wir alle ausgesetzt, aber vielleicht, bevor man etwas kauft, auch gut nachdenken, ist es jetzt wirklich wichtig, brauche ich es wirklich, auch für manche Anschaffungen vielleicht wirklich den anderen Weg zu gehen, also nicht sofort anzuschaffen und auf Raten zu kaufen, das ja auch bis zu 22 Prozent Zinsen beinhaltet manchmal bei manchen Bestellungen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich spare jetzt auf die Anschaffung, ich brauche sie nicht sofort, aber ich fange früh genug an zu sparen, damit ich sie mir dann leisten kann. Gut, dann danke ich Ihnen sehr für das Interview. Sehr gerne, sehr gerne, danke für die Einladung. Also Fazit, über Geld reden ist sehr wichtig und kann davor bewahren, sich zu verschulden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Courage. Häufig sind Menschen, die sich verschulden, nicht selbst daran schuld. Denn Verschuldung passiert oft durch plötzlich unvorhersehbare Veränderungen. Doch auch wer schuldlos in den Teufelskreis rutscht, muss etwas dagegen unternehmen. Ein Tun, das Mut und Courage bedarf. Und damit danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Courage. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Courage. Bis zum nächsten Mal bei Courage.